so leute da sind wir wieder zurück zu james bond ein quantum trost wirklich nur ein ganz kleines bisschen trost kriegen die gegner eigentlich kriegen sie gar kein trost wir trösten nicht wir töten direkt so in leiser mission kamera aber die blinken ist die noch aktiv ich glaube die ist noch aktiv okay hier drüben haben wir hier irgendwas um die kamera zu deaktivieren wo ist der typ jetzt hin da ist er meine güte okay sie wissen dass wir da sind ich hätte einfach warten sollen aber ich habe nicht gehört ich dachte man hört so ein paar kleinere schritte so dass ich weiß wann auf mich zukommt aber einmal steht er vor mir so das ding deaktivieren war blöd maul halten ach komm hier diese komischen telefone das ist doch alles eine beschäftigungstherapie r2 d2 sagt nein tja rechts vor links hätte man drauf gehört auf diese weise regel ach hier deswegen wenn die von hinten kommen kann man drauf schießen so jetzt kam der ja irgendwie was ist eigentlich wenn der wenn ich den hätte hier rein löte aber er liegt neben der kamera ist das schlimm ich habe keinen dunst wo er ist jetzt weiß ich mal wo ist da ist er tja erwische ich den naja seinen kopf erwische ich nicht dreh dich einfach um und geh so wenn jetzt ein kollege kommt die blöde kamera halt ne tja wie kriege ich jetzt die kamera aus das ist die frage cover cover hier kann ich noch ein feuerlöscher anschießen diese blöden handys die geben mir so auf den sack ich glaube da stand etwas relevantes drin oder ist das ding jetzt aus ich weiß es leuchtet ja eigentlich nicht ist es blinkt ja nur grün ich gucke noch einmal ganz kurz hier hin ich habe das gefühl hier muss man irgendetwas machen kann ich aber nichts machen muss auch irgendwie diese kamera auskriegen ach komm her was soll der scheiß guck jetzt geht das ding wieder auf macht das ding zu ich habe die kamera hat sich noch mal weg gedreht von mir mein hals mein hals blitzelt deswegen ich bin so leichter kehrt deswegen hat man dieses das hals blitzeln alter muss ich auch was machen das soll nicht gut ich habe das gefühl ist es nicht gut das ding ist noch nicht ab ich bin ich schäfft okay raus hier und jetzt ist hier irgendwo eine fucking leider da ist alter entweder war es verdammt knapp oder super geskriptet einfach reingeholzt und mit dem letzten schuss haben wir doch irgendwas explosives getroffen so wo seid ihr denn ja her ich will die waffe haben so wir haben auf jeden fall wen getroffen oder was müssen wir jetzt machen da ist die drohne wieder ein blödes handy also diese handys sind sie irgendwas offen wo ich lang gehen kann hier schweinebacke sie ist rumgeholzt dual unge den haben wir verstehen aber wie stets da irgendwo in deckung gegangen hier ist schon wieder ein blödes handy so ich möchte am liebsten mal da rüber es wäre auch mal geil wenn die nicht automatisch immer wissen würden wo ich bin meine muni ist schon wieder alle gerade die neue waffe genommen schon wieder leer ok checkpoint alles klar ok da war aber rechts bleibt stehen wo ist er denn jetzt alter das ist der endboss mit der guten alten james bond knarre geht es immer am besten ok da rüber wo denn nur granados leider bringen uns die granaten nicht allzu viel ey ich hab noch nicht eingetötet ey der steht so gut tschüss ey das ist echt geil oh 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 ich weiß noch nicht richtig wo ich in deckung gehe er geht nicht in deckung das ist nicht gut nein nein ich dachte er hätte in deckung noch nachgeladen aber wenn man die deckung abbricht dann muss er noch mal von vorne nachladen ist ja klar das magazin das ist einfach das ist nur nicht drin die sind sowas von aggressiv jetzt ziel doch einmal eine millisekunde schneller mensch james bond er hat arthrose oder irgendwas irgendwas was ihn blockiert beim zielen im stick voll nach links gezogen guck mal hier ich zurück voll nach links jetzt es ist extrem zeitverzögert so der geht immer hier hin komm mal wieder hierher ich treff dich irgendwann treff ich dich sag ich doch so komm jetzt so komm mal dich denn der ist so dämlich warum geht der da in deckung das bringt aber gar nichts und wieder nachladen das ist echt das schlimmste wenn sie auf mich zugerannt kommen oh shit oh oh ich glaub der ist da rechts drüben ich geh einfach hoch ich geh einfach scheiß museum hier oben ist noch nicht fertig oder fehlt da noch was ich glaub das spiel will noch nicht dass wir hier hingehen ah da zeig dich aber wir wissen auch schon wenn wir die unten alle gemacht haben dann werden sie hier gleich neben uns spawnen das ist doch so sicher wie das arm in der kirche okay ich muss die unten erst noch fertig machen das war glück also man muss keine taste drücken man muss einfach nur auf sie zurennen so jetzt wird wahrscheinlich hier oben irgendwas kommen animate dimitri and his man okay oder auch nicht ne ich muss da drüben hin ach jetzt ist da unten offen das ist doch alles das ist doch alles ein dis die wollen nämlich doch konditionell einfach nur ans maximum treiben so dass ich da nicht mehr kann so ja natürlich von rechts und links ach fuck you okay vielleicht treffe ich noch heute eher schlecht excellent work einfach nur irgendwo einfach nur blind irgendwie reingeholzt exzellente Arbeit manchmal reicht es schon zu wissen wo der Abzug ist es ist so ja es ist Ich hab natürlich ihm wieder nicht zugehört. Ich hab grad Tee getrunken. Miami Airport, Miami, Florida. Oh mein Gott. Er hat den USB-Stick rausgezogen, ohne ihn vorher abzumelden. So. Laptop geht aus, Akku leer. So, was haben wir denn hier? Ah ja. Ich weiß absolut nicht, was mir das bringen soll. Kleine Dusche. Und den ersten flachgelegt. Schläft der? James Bond ist einfach eiskalt. Jedem Schlafenden wird hier erst mal das Handy geklaut. Okay, das ist eine Kamera. Und wo eine Kamera ist, ist auch die passende Sicherung zu der Kamera. Hm. Ah, da ist sie ja. Tsch. So. Oh oh. Okay. Ach komm. Oh. Ich wollte natürlich schleichen. Ich denke, das ist jedem von euch klar. Aber er sprintet gleich los, wie so ein angestochener... Ach, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen offener. Ja, das find ich ganz cool. Hat mich hier schon irgendeine Kamera registriert? Ah, da ist eine Kamera. Okay. Bom, 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 bom. Schönes Reisebüro. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Okay, das Ding muss ich deaktivieren, sonst wird das nix. Also meistens ist die Sicherung ja direkt daneben. Also vielleicht doch er hier drüben. Da ist er. Diese Schweine. Die sind einfach alle gekillt hier im Reisebüro. Die Menschen, die wirklich gar nichts dafür können. Seht ihr das? Er steht immer gleich wieder auf. So. Keine Fehler. Jetzt schaffen wir es. Keinen Fehler zu machen. Am Anfang ist es immer rot. Ah, ihr Schweine. Am Anfang muss immer gleich erstmal rot sein. Rot. Rot. Jetzt wird es grün. Haha. Wieder ein Fehler. Verdammt. Da haben sie auch mit meiner Erwartung schon gespielt. Die haben mich schon so geeicht drauf, dass am Anfang immer erstmal ein rotes kommt. Das ist so. Verdammt. Sie haben den Server geöffnet. Sie müssen noch ein anderes Terminal finden, damit wir... ...darf ich auch noch was machen? Wir haben eine unabhängige Aktivität in einem von den Serveren. Am geilsten ist eigentlich der Schatten da hinten. Und den knallen wir doch einfach eiskalt ab. Und natürlich wieder irgendein blöder Heli. Wir haben keine Ahnung, was das Target ist. Du musst das downloadbomben werden. Oh, oh. Das ist die Polizei. David. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich habe versagt. Alter. Die wissen einfach immer gleich, wo ich bin, ne? Ach, das war meine Idee. Mach mir doch nicht alles nach. Also er hat Schaden bekommen. Ey, geh weg. Ich will deinen Kollegen erschießen. Stell dich nicht einfach in den Weg. So. Igitt. Benutzte Taschentücher hier auf dem Konferenzraumtisch. Das ist echt widerlich. Wir haben keine Ahnung, was das Target ist. You'll need to complete that downloadbomben. Stay alert. That's the police. Yes, sir. Dome, you're with me. Shit. Take a shot. Move it out. Oh, oh. Nö. Habe ich hier irgendwo mal eine Decke? Und der Drucker. Der Drucker. Die alten Drucker. Sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich muss irgendwas ändern. Ich weiß, woran es liegt. Es liegt eindeutig hier an diesem Filter. Das ist es. Leute, das ist es. Ja, ja. Schieß mich ruhig ab. Wenn es dich glücklich macht. Ich bin hier gerade so. Greenscreen. Verändern. Wenn es ihn glücklich macht. Soll er mich abschießen. So. Die Rache folgt sofort. Wer hat mehr Leben, hä? Okay. Ich muss irgendwie warten. Das ist die Polizei. Davis, hold this point. No one gets passed. Yes, sir. Warum schon wieder? Over. Ach, hör doch auf. Natürlich. Das Ding rollt. So weit wie noch nie. Ich habe ihn getroffen. Ich glaube, ich muss es irgendwie anders machen. Komm, erschieß mich mal. Ich möchte es jetzt machen hier mit dem Schleichen. Komm her. Jetzt muss ich doch R3 drücken. Schade. Ich dachte, ich kann einfach darauf zu rennen. Ich möchte, das muss doch zu machen sein. Ich habe jetzt auch dreimal immer dasselbe gemacht. Von daher, ein Lerneffekt ist irgendwie nicht zu sehen. Vielleicht darf ich ihn jetzt abschießen. Das wirkt doch schon mal fehlversprechend, oder? Das ist doch schon mal ganz geil. Jetzt darf der hier nur den Typen da drüben nicht finden. Ist ja gar nicht so schwer. Okay, ist keiner mehr. So, jetzt. Ohne. Ohne Fehler. Ha, Mist. Nein. Ja. Nein. Nein. Habe ich. Noch eins. Komm, komm, komm. Sehr geil. So, wir gucken dann doch noch mal durch die Kameras. Wehe irgendwas Neues. Ich habe keine Ahnung, was mir diese Kameras signalisieren sollen. Und ich sehe halt absolut nichts Relevantes auf diesen Dingern. Und das nächste Mal. Benutzen wir diesen PC. Was dann passiert? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden wir überrannt. Vielleicht retten wir die Welt. Vielleicht sterben wir auch mal wieder. Wahrscheinlich alles in einem Part. Bis dann. Ich habe dann doch kein Detaunen. Nein. Ich habe jetzt inualehrt. Massachusetts. Welk. Scho answered.